Und dann, auf zur nächsten Arena. Im Süden. Oh nein, er hat mich entdeckt. Oh, scheiße. Wenn du mit Schorz im hohen Gras läufst, bekommst du dann Schrammen an deinen Beinen? Nein, ich bin behaart. Ich habe behaarte Beine, mir passiert da nichts. So, Käfersammler Airline. Okay, oh, scheiße. Komm, Beepor. Äh, Blizzard, tschüss. Oh, Blizzard hat verfehlt. So, tschüss. Ja, Lurak direkt. Der hat nur scheiß Käfer-Pokmarsch, tschüss. Level 69, easy. Blumenwurf, tschüss. Gewonnen. Machen wir ganz schnell. Wir packen Lurak natürlich nach vorne wieder. Deutsch. Zack. Und gucken mal, wo es hier lang geht überhaupt. Hier ist Night im Lail. Top-Train, nice. Okay. Wo komm ich denn überhaupt hier lang? What the hell? Ah, nee. Kann ich keine mehr tragen. Scheiße, egal. Wo sind wir überhaupt hier? Was ist denn hier los? So. Hier ist noch Night, eh? Elixier, nice. Und dann gehen wir jetzt hier runter, in den Süden. Und sind wir in Vertania City. Wollte ich die überhaupt hin? Ich glaube schon. Wir sind jetzt in Vertania City. Perfekt. Ey, lass mich durch. Junge, Kollege. Ne, war in Vertania City nicht die letzte Arena sogar? Scheiße. Ich bin mir jetzt unsicher gerade. War Vertania City nicht die letzte Arena sogar? Das war doch eigentlich Giovanni. Bis vor kurzem gab es in dieser Punkten-Arena keinen Leiter. Ein junger Mann aus Alabastia ist hier der Leiter geworden, aber er ist oft unterwegs. Okay, der ist dann wahrscheinlich nicht hier, ne? Ne, scheiße, der ist nicht hier. Okay, wohin müssen wir dann? Alabastia? Wir müssen dann ganz in den Süden, ne? Na, einen Moment. Zack. Wir müssen erstmal, äh, zu Zeno... Was, die Zenobeinze? Gucken wir mal einfach. Gehen wir von weiter in den Süden, nach Alabastia. Zack. Route 1. Oh, fuck. Wenn es zwei... Ja, 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 ja. Komm. Flammenwurf, schüss. Elektrik, Flammenwurf, schüss. Magma, Schlitzer, schüss. Jawohl. Easy peasy. Oh, fuck. Hut, hut. Okay, will ich nicht. Zack. Oh, ne, die wird mich jetzt auch ansprechen, oder? Oder auch nicht? Nice. Bin die gedodged. Alabastia. Oh, die Musik ist so schön, ne? Die Technik ist unglaublich. Du kannst jetzt Pokémon durch die Zeit senden. Wie E-Mails. Ja, das war anstrengend genug, Alter, über den Emulator. Hier ist Professor Eich. Tollu, schön, dass du den weiten Weg nach Kanto gemacht hast. Was hältst du von den Trainern hier draußen? Ziemlich stark. Was? Ah, du sammelst Orden, der Arena-Leiter von Kanto. Ich kann dir mir vorstellen, dass es schwer für dich ist, aber du sammelst wertvolle Erfahrungen. Besuch mich wieder, wenn du sie alle hast. Ich gebe dir dann ein Geschenk. Schenk dich weiter so an, Tollu. Äh, wie geht es mit den Poké-Kleks voran? Mal sehen. Shit. Ja, ich habe nicht so viele Pokémon. Ja, ja. Tschüss. So, jetzt weiter in den Süden. Falls überhaupt geht. Surfer. Zack. Route 21. Wir wollen auf die Zinnoba-Insel. Wollen wir die ganzen Schwimmer umgehen? Ich müsste mir gar nicht erstmal auspacken, weil die meistens immer Wasser-Pokémon haben. Komm, greif mich an. Falls ich gewinne, musst du mich mit der Sonnencreme eingreifen. Oh, das hört sich gut an. Komm, mach mir ganz schnell. Zack. Ich will aber eigentlich verlieren, damit ich mich nicht eincremen muss. So. Tschüss. Und tschüss. Easy. Ich habe Angst vor einem Sonnenbrand. Ja. Dann wird die ganze Rote schwimmen. Und dann haben wir es auch gleich zur Zinnoba-Insel geschafft. Ah. Zinnoba-Insel. Ah. So. Hey, bist du... Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Oh, Blau. Ich war einmal ein Champ, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieser nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Wie dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sie sich die Natur erhebt, ist alles im Nu dahin. So ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner treffe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuche die Pokémon Arena in Vetania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. Okay, Vetania City. Aber sind das denn alle da? Warte mal kurz. Welche Arena fehlt mir dann? Irgendeine Arena fehlt mir dann. Hä? Mir fehlt legit eine Arena dann, ne? Äh. Ich schwöre dir, eine Arena fehlt mir. Wo sind wir hier? Seeschauminsel. Wer bist du, Alter? Pyro. Wow. Meine Pokémon Arena auf der Zinnoberinsel ist abgebrannt. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkan-Ausbruchs Obdachlosen. Wow. Aber ich führe meine Tätigkeit als Arena-Leiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Oh lol. Es wäre besser, du hast. Feuer, Heiler. Lol. Das wäre jetzt purer Zufall, dass ich ihn hier gefunden habe. Leel. Leiter Pyro möchte campen. Perfekt. Dann können wir direkt zwei Arenen auf einen Schlag machen. Nice. Megali. Mal gucken, ob Spottisheim reicht. Bup. Okay, nicht sehr effektiv. Scheiße. Fluch. Oh lol. Verflucht mich. Initiative sinkt. Kommt, Pokémon. Wir packen dann, äh. Machu-Mai. Nein, Dragorandos. Für Surfer die ganze Zeit. Fluch. So. Surfer. Let's go. Boom. So. Und. Bam. Die Attack ist sehr effektiv. Perfekt. Jawoll. Erster Gegner, wo sie. Ach, erst Pokémon besiegt. Magma. Easy. One-Hit mit Surfer. Nutnut. Bam. In der Gesicht. Ich, du. Perfekt. Surfer strong. Und jetzt kommt... Galoppa. Galoppa. Und dann... Surfer. Wer hätte gedacht, dass... Eine Attacke so stark sein kann. Und... Bam. Dein letztes Pokémon, nicht wahr? Wupp. Ich hab bis heute kein EP-Teiler gefunden. Ich bin so ein Idiot. Ich hab keine Ahnung, wo ich das finden kann. Gut gemacht. Ich bin ausgebrannt. Hier, neben dem Vulkanhorn, erhält 5000. Toll, erhält Vulkanhorn. Jemand war hinter mir. What the fuck? Wer stalkt mich? Diesmal hab ich verloren, aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Ich werde meine Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel wieder aufbauen. Und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Wer bist du, Alter? Jawohl. Huch, jetzt ist schon ein paar rüber? Sorry, Kumpel. Die Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel existiert nicht mehr und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal, du bist auch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ich wusste, du würdest gewinnen. Okay. Eine Pokémon-Arena kann überall sein, solange der Arenaleiter dort ist. Man braucht dafür kein Gebäude. Okay. Perfekt. Das ist immer noch die Zinnoberinsel, oder? Ich schau mal kurz. Ja, ungefähr. Gut. Dann fliegen wir nach Bethania City. Dann Noctu. Zack. Heilen. Und mach jetzt Blau fertig. Huch. Arena war oben, ne? Hier. So, Blau. Jetzt bin ich gespannt, was du drauf hast. Ich mag mal Machu Mai aus. Ich hab viel zu selten Machu Mai drin. Ich mag ihn eigentlich sehr. Ups. Tausch. Nach vorne. Sichern. Das ist die Lego-Arena. Let's go, Blau. Hey, hast du es endlich hierher geschafft? Auf der Zinnoberinsel war er mir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arenaleiter in Yoto besiegt? Hey, dann müssen die Arenaleiter in Yoto ziemliche Jammerlatten sein. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Yoto Champ? Let's go. Okay. Warte kurz. Ich muss kurz was gucken. Äh, ich guck mal gerade kurz. Äh, egal. Leiter Blau möchte kämpfen. Ich muss nur kurz gucken, ob es auch ein Arenaleiter gibt. Leiter Blau schickt Tauber aus den Kampf. Uh. Perfekt, dass ich einen Kampf-Pokémon habe, ne? Toll. Machu Mai bitte verlieren. Kampf-Attacken nur. Scheiße. Mega-Kick. Flügel-Schlag. Das tut weh. Er hat aber ordentlich überlebt. Bitte verfehle nicht. Haar-Flight. Okay. Dann noch ein Mega-Kick. Und ich habe überlebt. Perfekt. Und Treff. Nein, ich habe verfehlt. Loll. Okay. Wir wechseln direkt aus und packen Drago rein. Let's go. Nice. Easy. Und jetzt kommt Surfer. Machen wir einfach Surfer. Und Tauber ist gone. Jawohl. Zack. Jawohl. Wupp. So, wen packt jetzt nichts aus? Irizeros. Äh. Surfer. Süß. Surfer. Ende. Aber anscheinend gibt es keine Pokémon-Liga in Kanto. Und. Nice. One-Hit wieder. Jawohl. Level 66 gleich. Garados. Äh. Nö. Donner muss regeln. Vierfach Schwäche. Jawohl. Und dann. Donner. Bäh. Oh nein. Verfehlt. Regentanz. Okay. Komm Drago rein. Verfehle nicht mit deinem Donner. Bitte. Donner. Jawohl. Uuuu. Vierfach Schwäche. Dürfte nicht überleben. Jawohl. Bumm. Level 66. Dürürür. Und jetzt kommen die letzten drei noch. Sim Salah. Äh. Ich bleib mal bei Drago gar nicht. Ich hab keine Ahnung was effektiv gegen Psychos. Ich glaub Unlicht, ne? Oder umgekehrt. Eins von beiden. Äh. Machen wir mal Hyperstrahl. Bäm. Dürfte der ja nicht überleben. Jawohl. Brrp. Ich hätte gern Despotaner. Ach. Schade. Akani. Ja. Oder ne. Lass mir. Ich muss Surfer eigentlich nur einsetzen. So. Komm. Zeig dein Akani. Damn Salah. Turbotempo. Ui. Macht aber nicht so viel Schaden. Ja. Ich muss nämlich aufladen. Ich weiß. Surfer. Turbotempo nochmal. Ja. Kein Problem. Und dann Surfer. Und Ende mit dir Akani. Mann Alter. Haben die sehr viel HP, ne? Holy Shit. Gut, dass ich meine Pokémon aus der alten Generation mitgebracht habe. Zack. Wupp. Und als letztes kommt Kokowai. Da kommt Glurak ins Spiel. Mit einem Feuersturm beenden wir blaues Existenz. Vor allem das rechte Gesicht, ne? Sieht so lustig aus. Voll bekifft. Feuersturm. Oh, Flammenwurf. Egal. Wieder machen Flammenwurf. Vor allem nicht Feuersturm machen. Egal. Vielleicht überlebt es ja. Man weiß ja nie, ne? Ist ziemlich tanky, das Vieh. Ne, überlebt er nichts. Perfekt. Wrum. Und? Gewonnen. Leiter Blau wurde besiegt. Jawohl. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut. Hier, nimm das. Es ist der Erdorden. Tolle hält Kohle. Tolle hält Erdorden. Jawohl. Blau sagt nichts. In Ordnung. Ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Nice. So. Das heißt. Wir haben jetzt Kanto auch durch. Aber. Wir sollen erstmal runter. Um zu heilen. Aber. Wir müssen jetzt versuchen. Ähm. Die. Ne? Zack. Die Legis zu finden. Ich speichere mal. So. Ein Moment. Das axel. Aber. Vielen Dank.